Sozialismus wehrt! Nur um Schrecken, der Massenzumbewehrt schafft den Sozialismus wehrt! Der Massenzumbewehrt schafft den Sozialismus wehrt! Der Massenzumbewehrt schafft den Sozialismus wehrt! Viva! 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 Der Massenzumbewehrt schafft den Sozialismus wehrt! 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 Wir! 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 Hans Zilman! Wir! Holger Vilario! Wir! Ruh und Ehre, den Herr Tyrann! Wir! Wir! hot, Histans! Erst einen tamten Philippilstand! Hummer hier, der Koriba ist es es ist es, es es ist es Wir! Wir beau abonniere König Liederstaat hat einen Namen, Liederstaat hat einen Namen, Liederstaat hat einen Namen. Liederstaat hat einen Namen, 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 Liederstaat hat einen Namen Das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Wir setzen wieder gegen schwarzer Fekaner und jetzt weiß ich, so war meine Mama mich schon damals gefreut, denn für die Leute sind wie doch alle nur Truden-Dealer, in der deutsche Sprache mächtig, da macht es unser wirklich positiver, denn, wie gesagt, es ist doch alles so, kippt von den Schwarzen, dann Gölle zerpackt, als nur künstiges Cannabis holen. Irgendwann sind wir die schwarzen Schafe dieser Gesellschaft. Warum geht da kein Abort, die denn arbeiten wie Seltsam? Von ihnen macht doch immer nur jeder Geschwäfte. Wir sind nun auch seit 18-Jahren. Arm, wo hatte ich das rein? Pass auf. Jetzt geht's noch Playing- förweisungsvoll nehmen. Recht hier nehmen wir rum. Wir müssen leben in der Gerichte. Ich brauche dich um Verwirbelung abre És! Als nächstes möchte ich Depression kommen! Und ich könnte lieber gucken, ich bin doppelt auf den Spiel, Ich weiß nicht, ich weiß, wir brauchen noch ein paar Leute, die beim Schieben von Laute helfen. Ich habe das ja früher gedacht, dass die schon dabei sind, aber die brauchen noch nicht von Laute. Also alle, die können sich die Laute und Schieben helfen. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank, die Truppe des Rebellen zeigt auch, dass wir hier mit wirklich revolutionärem Zuversicht an die Sache und an diesen Tag heute herangehen. Als nächstes möchte ich begrüßen Vera von der Raumrufe der Kommunistischen Partei Späden. Herzlich Willkommen. Danke. 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 Danke.